Das weiße Hundi? Achso. Stimmt, mir war ja noch ein anderes Hundi. Was war das? Äh, Sausage. Ich, ja, kann sein. Ich glaube, ja. Irgendjemand von hier meinte, hier gibt es noch einen weißen Hund namens Sausage. Huch, hallo, kleiner Golem. Der Golem wieder. Ich weiß nicht, was er will. Was? So, der macht wieder alles kaputt. Der soll aufhören. Er ist verwirrt. Er ist bestimmt durch die Explosion wach geworden. Keine Ahnung. Genau. Chestnut vergrault den. Ja, ich brauch die Feder nicht. Danke. Ach, Mist. Ich hab vergessen, die Rucksäcke mitzunehmen. Ach, egal. Du hast ja die Rucksäcke. Oh, da. Da ist der weiße Hund. Hallo, weiße Hundi. Wow. Wow. Okay. Ist doch gut jetzt. Nicht das alles hinschmeißen. Mann. Und, äh... Du passt jetzt auf uns auf, oder? Du passt auf den Chestnut. Kannst du auch fallen, dass der kleine Golem keinen Blödsinn macht? Meine Güte! Nein! Immer diese Golems, immer diese Golems, die aus der Randenband sind Naja, hoffentlich steh, was ist denn das jetzt? Oh Wird von einem Hund weggetragen Das sieht witzig aus Chestert, lass ihn runter Oh Gott, oh Wie komme ich denn hier jetzt runter? Na super Von hier oben hat man eine schöne Aussicht Danke Und was ist Ellie? Moment, wir haben doch eine Ellie hier in der Stadt Elsa, oder? Ellie, Spitzname für Elsa Wir haben doch da irgendwie so eine Elsa Hat doch hier irgendwo ein Haus gekauft Die haben wir jetzt mal weggetragen So, ich glaube wir gehen jetzt endlich mal aufgreifend buche, sonst wird das heute nie was Genau, sonst wird es noch zu spät Ja Gut, denn der weiße Hund soll uns denn beschützen Okay Wow Habt ihr alle genug zu essen dabei? Ich hoffe es Nein Hundi nicht Aber vielleicht fehlen mir ja paar Tiere, die wir denn jagen können Die sagt ja Tut mir leid, ich hab's eingesammelt Das ist echt so ein Trollring Dieser Ring von Flint Ich schwör, der hat es gemacht, um mich zu ärgern Ja, definitiv So, los jetzt Ja, gut Jetzt wird es nie was Mach's gut, Chestnut Und schön auf den Hof aufpassen Nicht, dass der Kleine da irgendwie Ja, schön auf den Hof aufpassen Oh Mann, oh Mann, oh Mann So, jetzt aber Achso, haben sie überhaupt so eine Rolle gekauft? Äh Moment Eine Rolle? Wo geht's denn hier rein? Ach, hier Wie, wie denn das Das bedeutet Rolle benutzen Oder wie Hä? Ja, genau Du musst die für drei Kupfermünchenstapel kaufen Und dann nimmst du die Rechtsklick in die Hand Und hält sie gedrückt Und dann wirst du rüber teleportiert Und drüben musst du dir wieder welche kaufen, um zurückzukommen Äh, wie Toll ist denn das da drüben denn nochmal? Auch drei Kupfermünchenstapel Also sechs Kupfermünchenstapel Gut, dann will ich nur mal schnell Na toll Wuchha 6 Kupferdinger, oh Mann War bestimmt der alte Mann Wollte die Kasse Bisschen aufbessern Für die Stadt Er hat heute den ganzen Weg Oh, nee Habe ich eigentlich so viel Jetzt stapel Oh, ne schöne Geld Mega teuer Und Hunger habe ich jetzt auch schon wieder So, dann mal los Am liebsten würde ich jetzt den Reifen nehmen Kann ich eigentlich Mäh, egal Jetzt habe ich Kaffee drin Passt 6 Kupferstapel Na, muss man denn überlegen Vielleicht gibt es ja bald neue Jobs Also neue kleine Aufgaben Die man nutzen kann So Bin wieder da 6 Also man kriegt 2 von denen Das bedeutet Diese 2 sind dann Für 2 mal hin Wenn man da drüben ist Kann man nochmal 2 für 2 mal zurückkaufen Genau Okay Gut Achso, ich Moment, 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 Moment Moment So, jetzt kannst du kaufen Hä? Ich musste meinen Ehering ausziehen Achso Sehr gut Dann Sehen wir uns drüben Ah, da ist er Alles gut Alle Mann da Ja, und jetzt muss ich hier Achso, Regina ist ausverkauft Ja Hm, was für ein Zufall Selbst das wurde hier auch berücksichtigt Hä? Seit wann ist denn Seit wann ist denn da drüben eine Insel? Ist man immer da? Ich weiß nicht Genau Die oben in der Luft Ähm Ja, gut Es sieht jetzt aber nicht so aus, als ob die Farmwelt schon wieder erneuert wurden wäre Nee Nicht Na gut Moment Ich kaufe mir auch nochmal schnell welche Sehr gut Gut, äh, dann sag an, du meinst ja, du weißt ja ungefähr, vielleicht neue Arten gibt Ja, wir müssen in die Savanne Ja, wir müssen in die Savanne Äh, gut Dann sind wir doch das letzte Mal in die Richtung gelaufen, oder? Äh, ja Ja, also, jetzt ist aber die Frage, kann man eigentlich... in die Brüste Ja, also jetzt ist aber die Frage, kann man eigentlich... Moment Nein, kannst du nicht Das ist jetzt blöd... Ja, das ist sehr blöd, wir müssen da jetzt halt hinlaufen Ja, das dauert aber mindestens ein, zwei Tages Marsch Ja, ich weiß Okay, dann... Oder wir fliegen halt, aber da ist, äh, ist der Wauwau ein bisschen angeschissen Dann laufen wir Das passt schon Vielleicht finden wir ja in der... in... Find wir ja irgendwelche Viecher noch Du wolltest ja, glaub ich, noch irgendwelche Schweine oder Hunde, oder? Du wolltest ja vielleicht noch irgendwelche Schweine oder Kühe oder irgendwie sowas mitnehmen Ja, ja, müssen wir mal gucken Tatsächlich hab ich jetzt so viele goldene Lassus nicht dabei Ich hab aber... Weil ich brauch erst wieder Gold Also ich hab... Ich muss mal... Ich muss mal... Verkaufst du auch Goldbarren? Mh, nee, aber ich hab, äh, einige Goldlassus Also Goldbarren, dann musst du vielleicht... Was ist denn das? Was ist das? Ah, okay Was war was? Da, da war jemand Der hat den Hund nicht gemocht Achso, das ist natürlich schlecht Da musst du auch passen Wie ist eigentlich meine... Bin ich, bin ich immer noch so rau mit der Stimme Ich hab heute Morgen ein bisschen Halsweh gehabt Ja, ich hatte auch... Bisschen leicht Aber jetzt geht's Als ich aufgewacht war Ja Okay Naja, ist ja auch einiges passiert Viel rumgeschrien Viel Stressterror Es war ja... Es war ja einiges los Da, ähm... Das stimmt Auf der, verehrte, auf der Party Oh! Oh nein! Du musst auch passen! Hätte ich sie da runter gefallen Kommt sie da wieder? Ah, doch, ja Sie hat's geschafft Wow! Okay So schnell kann man den weg machen Das ist die gesunde Ernährung Huch! Was war das denn? Das war ein Skelett Das war ein Skelett Aber meine Armbrust funktioniert Ja, das ist gut Oh, Vorsicht Sprengurke Ah, das war eine Sprengurke Aber ich glaub ich muss diesen Ring ausziehen Ich gammel nämlich alles auf, was hier in der Nähe rumläuft Ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht Weil so viel Platz habe ich leider nicht dabei Ha, 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 ha Sie, sie wollte unbedingt das Essen haben Sie hat glaub ich Hunger Ja, ich hab's dir doch hingelegt. Nimm die Pizza, nimm die Pizza, nimm die Pizza. Da, da. Oh, Moment, da muss ich mal kurz. Was ist denn jetzt? Moment, da war doch gerade einer. Ja, jetzt nicht mehr. Doch, dahinten. Moment, äh, ich muss mal kurz an den hier ran. Ne, Donne, Vorsicht. Ne, hat sie ja nicht. Also wenn ihr, oh, Vorsicht, Bombe. Also wenn ihr einen sieht, der, äh, einen, einen besonderen mit Fangzehen sieht, Bescheid geben. Den, ich hab, brauchst du die Fangzehen? Ich hab die jetzt auch gesammelt. Ja, die bräuchte ich denn irgendwann, nachher. Ach so, also darf ich jetzt wieder Müllschlucker spielen. Na gut. Aber wie gesagt, wenn ihr irgendeinen sieht, irgendwie der eine Brille auf hat oder so. Oh nein, jetzt wegnet's auch noch. Na toll. So gesagt, von Reh in die Taufe. Ja. Aber wie gesagt, oh, Vorsicht, äh, ja, wie gesagt, wenn ihr irgendeinen sieht mit einer Brille oder so, Bescheid geben. Den, äh, müsste ich mal... Oh, ich will das... Oh, was ist das für ein Scheiß? Hm, was denn? Warte mal auf. Ich gammel alles auf. Ja, ich glaub... Oh, höh? Au, du blödes Vieh. Ich glaub, er wollte dich damit wirklich ärgern. Da vorne. Zum Beispiel den da. Den, den muss ich mal kurz. Höh? Was ist jetzt los? Was ist das? Ich bin gefangen? Was war denn das gerade? Weiß ich nicht. Wo ist jetzt was mit, wo ist was mit dieser anderen Fang 10? Achso, den da. Achso, nee. Den, den musste ich. Mit deinem Vampirpferd. Höh? Das hab ich letztens schon gesehen. Jetzt ist es hin. Ich glaub, die sind nicht gut. Nee, also wie gesagt, wenn ihr nochmal einen seht mit... mit so einer Art Stürmband, dann, äh, Bescheid geben. Den müsste ich denn alleine mal machen. Wow. Äh, da bist du. Ja. Was ist denn das? Binde mit Skelett? Wow. Was ist denn hier los? Selbst hier sind irgendwelche komischen Sachen. Oh, ich glaub, da hinten sind Reiter. Kann das sein? Hoffentlich sind es nicht die Reiter von letztens. Nee, das sind keine besonderen. Mist. Ja, was Besonderes. Ich glaub, ihr habt, das ist ein besonderer. Den müsste ich mal kurz... Ja, dann mach halt. Oh ja, der hat einen Namen. Au. Nee, schade. Weil die haben Bücher für mich. Ich muss da halt das Buch von denen... Da kriegen wir's noch einer, oder? Nee, das sind leider normale. Okay. Aber wir sind leider auf dem richtigen Weg. Ich glaub, irgendwo da hinten müssen wir lang, ja. Weiß ich nicht so genau. Ein Hase. Moment, die brauchen wir doch für die Dings, genau. Oh Gott, das kann ja was werden. Irgendwie komisch. Letztes Mal sind wir auch irgendwie in Regen gekommen. Dunkel und Sumpf. Das ist interessant, wie du so schnell über Wasser dingsen kannst. Wir haben wieder vergessen, uns ein Boot zu machen. Ja, definitiv. Vorsicht, Sprengurke. Was ist denn das? Hinter dir ist einer in Weiß. Oh. Ja, dann... Nein, lass ihn den doch. Nee, nee, keine Ahnung, was das war. Der war mir neu. Hier, äh, hast du die schon? Ich glaub schon, oder? Ja, ja, die hab ich schon. Ich brauch keine Samen mehr. Achso, du hast schon alle? Ich hab jetzt alles, ja. Hey, vielleicht filmen wir ja ein paar Vögel. Diese Maschine wär Vögel. Ah ja, ich hab letztens einen, äh, getroffen. Also ich hab eine Feder, hab ich. Falls du die brauchst. Ja, das wär cool. Gehen wir in die richtige Richtung? Ich hab das Gefühl, dass du letztes Mal irgendwie woanders lang gelaufen. Nee, nee, das ist die richtige Richtung. Aber ich bin viel beruhigter jetzt, wo ich euch beide dabei hab. Ja, verständlich. Hier kann's ja ganz schnell mal gefährlich werden. Ich war vorhin nämlich unterwegs und hab im Schnee nach einem Greifen gesucht. Und ich glaube, da hab ich mehr als einen Drachen gesehen. Aber zum Glück hat er mich nicht gesehen. Im Schnee, also hinter dem Gebiet. Ja, im Schnee, im angrenzenden Gebiet. Ich war oben auf dem Berg und hab von unten gesehen, dass da ein Drachennest ist, wo noch alle Kisten stehen und noch alle Golddinger da waren. Und da waren halt Flammen drumrum. Und dann hab ich gedacht, oh oh. Ja, das ist ein eindeutiges Zeichen. Und dann bin ich in die andere Richtung geflogen. Und dann war das gleiche wieder. Und dann hab ich gedacht, nein. Und diese Pflanzen, diese blauen Orchideen? Weil du meinst ja irgendwas, du brauchst es blau. Nö, ich hab blau. Alles gut. Okay. Ich hab übrigens jetzt Lapislazuli, äh, Pflanzen. Was? Okay. Ja, da kann ich Lapislazuli ernten. Die hab ich gezüchtet. Hey, das ist ja cool. Wow. Aber ich hab gehört, äh, um die, was ist das denn? Moment, kurz. Ich hör die ganze Zeit plopp, 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 plopp. Ja, ja, das sind die Bärenbüsche. Moment. Maschinengewehrvogel. Okay, ist tot. Ja. Ja, gehen wir weiter. No. So. Bis zum nächsten Mal.